Leute, wir haben mit Trimax komplett rasiert gestern Abend, wirklich auf eine Menge, Menge Punkte hochgekommen. Das ist die erste Folge Roll2Division und ich möchte jetzt erstmal alle massiv den Like-Button ballern und natürlich meinen Fortnite-Creator-Code einballern. Dafür aber nicht genug, weil ich mich mal ein bisschen bei euch bedanken möchte. Google mich abkettet hat und hat gesagt, hey, möchtest du nicht was verlosen? Dachte ich mir so, yo, und zwar werde ich heute Abend im Stream um 18.30 Uhr was verlosen, meine Freunde. Einmal werde ich ein Custom-Turnier machen für Leute, die non-Sub sind. Die können dieses Google Pixel 3a bei mir gewinnen, heute Abend um 18.30 Uhr, also quasi genau jetzt, wo das Ding online geht. Und dann gibt es nochmal für die Subs ein Pixel 3aXL zu gewinnen, meine Freunde. Wie gesagt, heute Abend on-Stream, wir spielen ein bisschen Fortnite um diese Handys. Ich möchte, dass ihr euch jetzt alle mal ganz kurz in den Kommentaren ein bisschen darüber freuen. Wir sehen uns heute Abend 18.30 Uhr, beziehungsweise jetzt genau beim Stream bis gleich. Es gibt, was du gewinnst. Auf Arena, auf geht's, auf Duos. Auf Arena und auf geht's. Heute startet das Projekt, wir sind endlich Level 15. Ich möchte mit Revi Champion kommen im Duo. Auch an der Stelle einen wunderschönen guten Tag an meine Zuschauer hier. Wir möchten in der offenen Liga hier gemeinsam auf Champion-Niveau kommen. 300 Punkte, es sollte machbar sein. Trimax kommt in den Rucksack rein, wird mitgenommen. Trimax, bist du bereit? Rein in die Q, rein in die Q, Alter. Digga, die Leute von Horde, von Miki, bei mir im Chat, die schreiben, hört. Die wissen nicht mal, wie man das schreibt, Alter. Hier nochmal an, Leute, ja. Ihr dürft jetzt alle Lost vor den Namen ballern, ganz wichtig. Dann packt ihr uns auf Twitter, bitte, at Trimax, YouTube und at Revincent und at MikiTV. Könnt ihr immer wieder hingehen und wenn ihr einen Horde-Member tötet, ja, mit eurem Lost im Namen, dann macht ihr davon ein schönes Video, teilt das richtig saftig auf Twitter, gebt es dafür einen leckeren Retreat. Und dann werden wir nämlich mit Miki nicht nur Reichweißen-Mädchen auseinandernehmen, sondern auch finanziell, ja, weil der hat später sich dumm bezahlt. Der hat nämlich 20 Spiele eingekauft und hat immer keine Earnings. Ja, wir kriegen das umsonst, weil Leute Bock auf uns haben. So sieht es nämlich aus, also. Das ist geil. Das ist geil. Leute, schreibt euch einen Lost vor den Namen, hier seht ihr der Armee bei. Wir haben schon sehen, Spiele haben sich einen Lost genannt, feier ich richtig. Weitermachen. Ohne Witz, wir ziehen das durch, dass auf den europäischen Server, das ist der größte, ich sag mal, Gamer-Tag, dass das die größte Army wird, auf den ganzen europäischen Server. Ganz komische Typen, ganz komische Typen sind das. Ja, lass mal weiter, wir machen hier übelst verkämpfte AFK-S***e. Ist auch alles ungelootet. Digga, ist das hier ohne Spieler oder was? Haben wir eingestellt mit oder ohne? Ich meine, ich habe bei den Einstellungen vergessen, einen Spieler anzumachen. Oh, hier ist ein Spieler. Mein Max ist an der anderen Seite. Ja, Digga, du bist wieder woanders hingelaufen als ich. Wir wirft Granaten, wir sind Wahnsinniger. Digga, der Diegel-Typ ist ein Diegel-Typ. Einer down unten. Hab den anderen, Headshot, 1 auf 7. Ja, die haben schöne Sachen hier. Ja, kriege ich auch was, oder? Bist du das? Alter, du musst was sagen, wenn du das bist. Max, ich bin das. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Da hinten sind die Gegner, hier sind sie. Wir kämpfen jetzt, die sehen uns nicht. Oh, ich glaube, einer ist down, what? Einer down. Ein Headshot von mir. Hit. Hit. Ich bin ganz immer der, der den dreckigen Third-Party kassiert. Aber jetzt haben die den einfach bekommen. Trink ich. Oh, 2 Leute, ammo auf uns, 2 Leute, ammo auf uns. Disconnecte jetzt. Fällt runter. Gut. Einer knocked. Warte mal, ich hab nen Bogen. Schieß mal auf. Ja. So, dass der Jango noch ein bisschen was zu mir kommt, Alter. Kassier jetzt hier nochmal Sorendammisch. Aber gut. In der Zone können die den Geier da jetzt abfangen. Schöner Hit. 150er Hit. Schöner Hit. Der stirbt in der Zone, dann wäre das mein Kill. Hab ihn. Geht hier nicht drum, wer die Kills hat, sondern hier zieht das Team. So ist es. Wollen wir hier hoch? Gegenüber? Max, warst du das? Nein. Wer war das? Ich seh sie. Von ganz oben, von ganz oben. Komm Max, hier hoch, hier. 150er Hit. Ich hab 250er Hit. Gegeben, einer ist down. Schön. Ich hab einen down. Die sind hier. Jetzt völlig los. Ich hab nie mit dem Snipe-Kass hier von hinten. Geht doch, Digga. Ist down. Hab einen unten gehittet. 150er. SW. Hier schießt jemand, glaube ich, die komischen Raketen. Ich hab noch 150er Hit da hinten. Wir schießen uns runter. Ich hab noch einen Jump-Head, ne? Also sollten wir da ja auch nutzen. Komm Max, lass uns in die Zone gehen, ja? Nee, nee, chill, chill, chill. Wir haben noch 50 Sekunden. Wir können noch einen Snipe und dann drauf gehen. Hab einen down. Jetzt drauf. Jump-Head? Ja. Komm her, komm her. Jump-Head steht. Und ab die Post. Oh, da kommt noch ein Gegner. Das gibt's ja nicht. Ich hab nur einen gedowned hier. Habt ihr einen anderen? Schön. Hier kommt noch mehr. Pass auf, pass ganz doll auf, ne? Das war's noch nicht. Da sind sie. Komm, Max, wir müssen los. Komm. Nee, das ist das nicht mehr. Das ist doch Scheiße. Wir sind doch hier schon jetzt. Das ist doch voll die geile Pose. Was willst du das? Kommst du mit oder nicht? Weil hier noch Gegner sind. Max, wir wollen Punkte oder nicht? Oh, wie close. Max, wo bist du? Ich kann nicht hinterherkommen. Ich find das ganz Scheiße. Das Jump-Head ist doch da, Digga. Sputze doch. Hey, Junge, du bist so ein Affe. Hab ihn. Oh, fuck. Ich komme, alles gut. Komm, ich ruhe die, hier. Digga, war der Schade. Sehr schön, Digga. So, Kills. 10-10, 20er-Bombe. Auf geht's. Alter, das war eine... Wer hat hier gewettet, dass wir heute nicht die 100 schaffen? Du hast auch 10, Kills. Ich hab auch 10. Ja. Geil. Ja. Also, mit einem neuen Account fühlt sich Fortnite einfach immer geil an. Komm, Max. Marc, Max, jetzt mal hier bei mir landen, okay? Amt, auf dem Haus, ja? Ich hasse es. Ich muss auch mal was Neues zulassen. Max, ich weiß ganz genau, dass da drei Kisten spawnen können, ja? Und zwar eine im Seitendach, eine hinten bei der Hundehütte, eine oben im Dachgeschoss. So, ich kenne jeden Gottverdammten Waffenloot-Spot hier in, verdammt nochmal, Pleasant Park, ja? Graue Pistole. Einer nockt. Digga, ich hab 7.000 Schaden verursacht, die leben alle noch. Oh ja. Also, den hab ich auseinandergenommen. Dafür steh ich mit meinem Namen. Ich find's saugeil, dass mich die ganze Clique oder insgesamt niemand aus YouTube Deutschland kennt. Weißt du, was ich meine? Ja, alle fragen mich immer, wer ist Trimax? Ich find das so geil. Und immer dieses, hä, läuft denn bei dem? Ja, ist geil. Das ist, Digga, ich hab auch einfach nur Clash Royale und Fortnite gebracht. Komm, Riften, Riften, komm. Ich findest du, dass sie das als Trick bezeichnen. Triggert dich das? Ne, das passt schon. Die fighten da, die fighten da. Brauchen wir nicht. Kampf. Mal die Zone, aber. Kampf jetzt. Hast du auch eins? Infanteriegewehr, spielst du das? Ui. Oh, da kam... Ah, weh, du... Mh. Bist ein brutaler Trü. Das ist eine krasse Anfrage. Weißt du was? Ich geb dir dafür die goldene Scar. Geil, ich muss schon wieder... Geil, mega nice. Ja, lass auf Pause drücken. Ich geh kurz zurück ins Menü, okay? Ja, ich hör was? Direkt neben mir? Bin so gut wie tot. Du entspannst dich jetzt erstmal, ja? Wie aim ich denn? Wie aim ich denn? Sohne kommt. Hab ihn gefunden, ich schießt auf den Fick. Ich war gerade auch komplett raus. Ich hab einen gelockt. Ja, wir sind gut. Ah! Das war nicht gut. Jetzt, Maxi, landet einer. Echt jetzt? Vielleicht vor mir. Alter, war der lost. Sehr gut. Maxi, ein bisschen die Zone, komm mal zu mir. Hier ist ein Jumphead. Nein! Ja doch. Hast du an meiner Stimme gehört, dass ich ausraste? Ich hab zwei Leute auf null. Ich hab zwei Leute auf null. Ich komm zu dir. Schnell auf die Airbase, Leute. Die sind beide auf null. Einer knocked. Oh, jetzt hast du den noch genockt. Ich fasse es nicht. 180 Schaden geb ich dem Oger. Und der steht noch. Schnell die Idioten wegfinischen. Beide down. Nein! Das war ein... Oh! Digga, ich kann vielleicht noch einen Nervenzusammenbruch bekommen hier heute. Ich geh jetzt Suicide-Kommando. Entweder überlebe ich das oder ich bin tot. Ja, das ist aber schade. War wachsinn. Ich bin down, ich bin down. Ich bin ein Hu... Komm jetzt hierher, Mats. Komm jetzt hierher. Komm zurück. Zieh mich hoch. Was machst denn du, Alter, Mann? Ich hab nur fünf Kids. Ich kann schon 15 haben. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr bei Punkten spielen. Ich will nicht mehr bei Punkten spielen. Das mach ich nicht mehr mit. Das überlebst du doch gar nicht. Stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben. Digga, das war so dumm, Alter. Wir holen das jetzt noch. Entspann dich doch mal. Du bist immer so hektisch. Ja, klar, weil ich 15 Kills haben könnte. Und ich hab fünf, Digga. Fünf. Hast du was zum Heal? Hast du ein Lagerfeuer? Nee, null. Null. Ich hab zwölf HP jetzt wegen dir. Ich weiß noch nicht, was du denn gemacht hast. Ich hab mich selber genockt. Ihr war gerade der größte Fortnite-Fight in der Geschichte von Fortnite. Ist dein Gegner bei dir? Gut. Fuss auf mich. Fuss auf mich, fuh mich ran. Hier sind Reads, Max. Hier sind Reads, wir nehmen die. Ich würde das Game sogar fast als Wild bezeichnen. Das ist das wildeste Fortnite-Game, was ich jemals hatte. Aber es ist ein geiles Game. Ich find's richtig sch... Das ist meine Schuld zum Teil. Ja, aber es geht jetzt ums Team hier, okay? Nicht deine Schuld. Doch. Ich hab mich da eben so dumm genockt. Das war dumm, Alter. Ich bin beim Air Drop. Ich bin beim Air Drop. Man muss immer die Air Drops nehmen. Eiler genockt. Revi, was machst du da? Ich hoffe, du kämpfst nicht, ja? Ich muss... Der hat mich, der hat mich... Max, wo bist du, Mann? Ich fasse es nicht, Revi. Ich fasse es nicht. Wo bist du denn, Junge? Ich kann es nicht fassen. Ich komm jetzt hier nicht, ich hab noch 50 AP. Der ist da immer noch. Ich raste aus, Alter. Der Air Drop landet jetzt. In mir drin. Das war's. Revi, Revi. Es ist, es ist es. LVP. Das ist das Limit. 7, 7, 5, 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weil du gegeiert hast. Und dann läufst du da rein. Ohne Schild. Ohne Leben. Ich hatte Schild und Leben, Max. Ich... Ich hoffe, du kämpfst nicht, ja? Oh mein Gott, du bist der schlechteste Caller aller Zeiten. Hättest du gesagt, du wurdest gesniped, wäre ich eine Sekunde später beide gewesen. Sag mal, du kannst mir das nicht anlassen. Du kannst mir das nicht anlassen, Junge. Die Zone kommt hinter dir. Geh! Aber das ist geil. Das macht Spaß, Alter. Das sind die Momente. Ich hab 10 Kills. Du bist so ein unglaublich... Und du hast den unglaublichen Highground jetzt hier, Max. Einer noch. Einer noch. Unter dir rechts. Komm schon, Max. Alte Maschine. Digga, der hinkt die Kackwaffe. Pass auf, der andere Circle, die von der anderen Seite noch, ne? Das ist, glaube ich, ein 1 gegen 1 gegen 1. Oh! Ich hab Angst, Digga. Merkst du das gar nicht? Ja, doch. Das gehört dazu, das gehört dazu. Komm, du hast Zeit. Du hast Zeit, Junge. Macht man das so? Ich hab richtig doll Angst. Alles gut, alles gut. Du hast das hier. Guck mal, das sind alles Bobs. Das sind alles Bobs, Max. Der Typ hat noch nie ein Endgame gespielt. Vor dir, vorsichtig. Vor dir noch, ne? Ah, nicht für Punkte, sondern für Dings. Für, für, äh... Für Heal. Max! Max! Nein, MyMax. Warte, bis der Gegner, bis er tot ist, bis seine Punkte reinticken. Keine Money! Ja! Alter, das war MyMax, Alter. Das beschisseste Endgame, EU-West. 10 zu 7, wieder eine 17-Kill-Runde, Max. Warum ist meine Facecam wieder freeze? Ich bin doppelt, guck ich da in den Chats. Ich fasse, ey. Max, das war mit Amsterdam wirklich eine der unterhaltsamsten und geilsten Runden, die ich jemals gespielt habe, muss ich ehrlich sagen.